Boah, bin ich hier lange nicht mehr gewesen. Da, Gruftlinge, genau. Beile, ja. Was soll das? Ich dachte, da springt wieder was drauf. Jetzt ist ein Eisbogen praktisch, Prinzessin. Jetzt ist es wieder ein Eisbogensucher. Das läuft ja schon recht flott. Was sind sie denn noch da? Oh, man. Komplette Desorientierung. Schlimm. Boah, ich hasse die Romanten. Also, nicht per se, aber... Das ist halt so fies, um die zu spielen. Wenn sie sich mal unsichtbar machen können, also, äh, halt, was machen wir Diebe, ja. Wenjens, äh, wie heißt das hier? Vieren. Vieren heißt das. Ja, ach, die war lustig. Das ist noch eine Nekromantin. So, Video gucken. Video, DVD, DVD. Sie ist halt ein blödes Gespenst. So, das ist mein Dolchsturm. Ja, die fällt. Das ist eine gute Gruppe, also, die zwei sind sehr zugekommen. Sie sind gut. Das ist schön. Juhu. Juhu. Sehr nice. Du tust zu. Schaden anzurichten. Da müssen Sie schon herklappen. Kurz sagen, muss ich hier so einen Schein drauf geschmissen, wenn oder nicht. Jetzt kommt meine Hassstelle. Das Ehepaar. Ja, ja, mach du mal. Wir sind zu zweit. Haltet sie getrennt. Ja, ich bin schneller als ich. So ist es einander. Genau, immer schnell auseinanderziehen die beiden. Oh mein Gott. Oh, die beiden sind irgendwie auch so. Früher kam es mir vor, dass sie ständig wieder zusammenziehen. Sind die ja? War es denn? Ich wollte einfach nur da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wahres! Es war echt zu schnell. Autsch, scheiß Konfusion. Die killt mich immer. Hilft mir doch. Hm, na halt nicht. Lasst mich heute sterben. Hm. Nette Sachen. Oh. Schönes Ding. Vielleicht möchte ich das noch mal verschärfen. Oh. Ähm. Ja. Ähm. Hm. Cool. Ich brauche unbedingt größere Taschen. Ach ja, wir können ja Porten richtig. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Was habt ihr getan? Eure Champions sind Fortgeist. Genau wie euer Sohn und euer Reich. Ich bekomme meine Rache. Stoß im Tode zu mir. Ich bin ganz sicher, dass du deine Rache bekommst. Ich glaube aber nicht. Ich bin ganz sicher, dass du deine Rache bekommst. Bis das. Das. Ihm das. Und das. Oh, komm, frisst das. Na, sehr schön, wie fast. Autsch. Yay, Abschlussvideo. Ihr habt mich besiegt, aber was haben die gewonnen? Unter uns liegen die viel tödlichere Dinge. Sie werden euch alle verschlingen. Mark, der ist zertrümmert, aber ich kenne einen Schmied, der die Stücke zusammenfügen kann. Habt ihr wirklich geglaubt, wenn ihr mir ein Schwert bringt, wird euch verziehen? Euch? Das Schwert sollte für Logan sein. Was? Warum würdet ihr unsere Leben, mein Leben für diesen Feigling riskieren? Ich dachte, es würde alte Wunden heilen. Es würde euch erinnern an... Mich woran erinnern? An Verrat? Bah, ihr seid eine sentimentale alte Frau geworden. Wir sind hier fertig. Weshalb hast du Ridlock, Logan? Fehler, die ein ganzes Leben zurückliegen. Am besten vergessen. Ridlock hat recht. Ich bin zu sentimental geworden. Zu schwach. Yay. Sehr schön. Das war nochmal eine Fälle. Das waren nochmal fähige Leute. Das hat doch mal Spaß gemacht. Gegen Ende. Das hat echt lange gedauert. Wir waren echt zu lange drin, aber lief doch gut. War doch alles, alles super. Ja, und ich werde mich jetzt noch darum kümmern, dass ich mein Inventar ein bisschen aufräume. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wie immer in der nächsten Folge. Wo wir dann sein werden, weiß ich noch nicht. Das gucke ich mal. Ich werde ein bisschen rumreisen und mal gucken, wo wir weitermachen. Vielleicht machen wir hier ein bisschen Aschford weiter, aber... Ja. Danke fürs Einschalten und bis denn. Tschüss.